Im Zentrum des Einsatzes von Google Drive im Unterrichtsalltag steht das kollaborative Schreiben, also das gemeinsame Schreiben an einem Text. Und das kollaborative Schreiben ist auch im Zentrum des großen Projekts Wikipedia, der freien, weltumspannenden Enzyklopädie. Wikipedia verwendet die Technologie Wiki und diese kann in gewisser Weise als Vorläufer von Google Drive und anderen ähnlichen Technologien gesehen werden. Aber auch vor allem die Prozesse, die Schreibprozesse, die in der Wikipedia vorherrschen, können uns als Beispiel dienen für das Umsetzen von kollaborativen Schreibprozessen im Unterrichtsalltag. Daher ein kurzer Blick auf die Wikipedia und das dort zugrunde liegende Prinzip The Wisdom of the Crowd, die Weisheit der Vielen. Die Theorie ist, es gibt eine Plattform, das Wiki, auf der sich alle Menschen versammeln können, die inhaltlich etwas zu sagen haben, die Wissen beizutragen haben. Und das Wissen kann hier aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Wichtig ist, es gibt einen zentralen Ort, wo all das Wissen gesammelt wird, wo die Weisheit der Vielen zusammengetragen wird. Die Wikipedia hat sich als solche etabliert. Jede Wiki-Seite hat eine Leseansicht und eine Bearbeitungsansicht. Die Leseansicht sehen wir hier, sieht aus wie eine ganz normale Website. Wenn ich auf den Button Bearbeiten oben in der Mitte klicke, dann gelange ich zu einer anderen Ansicht, zu einem Texteditor, in dem ich die Seite bearbeiten kann, in dem ich Fehler ausbessern kann, Inhalte hinzufügen oder weglöschen kann. Damit aber kein Bearbeitungsschritt undokumentiert bleibt und damit Änderungen, die vielleicht unabsichtlich passieren, wieder zurückgenommen werden können, gibt es die Versionsgeschichte. Also jede einzelne Bearbeitungsseite wird abgespeichert, jeder einzelne Schritt wird abgespeichert. Interessant ist links oben noch der Button Diskussion. Das ist ein dem Artikel zugeordnetes Diskussionsforum, in dem sich die Autoren, die Autorinnen des Artikels darüber unterhalten, welche Änderungen denn wirklich am Text vorgenommen werden sollten. Zunächst zur Bearbeitungsansicht. Man sieht, dass Textformatierungsoptionen wie FET oder Kursiv durch Sonderzeichen ausgedrückt sind, wie geschwungene Klammern oder Apostrophe. Das sieht hier im Editor nicht sehr schön aus, aber dann in der Leseansicht, dann sieht es wieder ganz normal und lesbar aus. Heutige Texteditoren wie Google Drive haben so etwas nicht. Hier kann man weitaus komfortabler Textformatierungen vornehmen. Die Diskussionsseite ist auch für Leser und Leserinnen der Wikipedia eine interessante Ressource, um vielleicht einmal zu sehen, welche Textänderungen haben es denn nicht in den Text geschafft und warum. Und welche heißen, eisender Textbearbeitung werden hier diskutiert. Wie wird hier gemeinsam Wissenskonstruktion ausgehandelt? Jede Version, jeder Versionsschritt wird lückenlos dokumentiert. Und man kann hier auch eine Gegenüberstellung sehr leicht sehen, welche Veränderung wurde vorgenommen. Zwischen den beiden Versionen hier ist es nur ein Wort, das hinzugefügt worden ist, nämlich der Mittelname Bartholomeo, hier in rot hervorgehoben. Wikipedia ist eine reizvolle Sache auch für den Unterricht. Man kann ja mal denken, dass sich Schüler und Schülerinnen einmal an einem Wikipedia-Artikel versuchen. Das kann man schon machen. Es ist aber doch sehr, sehr komplex geworden heutzutage. Die Wikipedia hat sehr viele freiwillige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sehr genau darauf achten, dass Qualitätsstandards eingehalten werden. Das Schwesterprojekt Wiktionary, wo es darum geht, ein Wörterbuch gemeinsam zu schreiben, ist hier weitaus einfacher zu nutzen, da ein Wörterbuchartikel viel einfacher strukturiert ist als ein enzyklopädischer Artikel und daher hier die Schüler und Schülerinnen sehr viel schneller Erfolgserlebnisse erzielen können. Also zum Benützen und auch zum Mitmachen ist Wiktionary eine interessante Alternative zur Wikipedia. Google Drive ist ein Angebot aus der Google-Familie. Google bietet dann neben der Suchmaschinenfunktion auch andere Dinge wie Mail-Service, Kalender und so weiter an, die man kostenlos nutzen kann. Kleiner Hinweis zur Vorsicht. Ich würde empfehlen, bei Schülerinnen-basierten Szenarien, bei kollaborativen Lernszenarien mit Schülern, mit Schülerinnen, niemals hier in Google Drive oder Google Docs irgendwelche personenbezogenen Daten mit einzubauen, sondern nur allgemeine, objektive Schreibaufträge, sachliche Schreibaufträge, aber nichts, das mit konkreten Personen zu tun hat. Denn bei Google Drive liegen die Daten ja in der Cloud auf Servern der Firma Google, auf die wir letztlich keinen endgültigen Zugriff haben. Daher wissen wir auch nicht, bis ins Letzte, was mit unseren Daten dort passiert. Ein super Tool zur Unterstützung, zum Umsetzen von spannenden Lernszenarien, aber bitte aufpassen mit dem Umgang mit personenbezogenen Daten. Das sind Namen, Adresse, Geburtsdatum, aber auch Fotos von Personen. Google Drive ist nicht der einzige Anbieter. Es gibt ja noch andere Firmen am Markt wie Zoho Office. Auch Microsoft Office 365 hat bereits ein Angebot hier für die Schulen und für Schüler und Schülerinnen. Aber heute geht es um Google. Die Prinzipien, die hier angewendet werden, sind aber auf allen anderen Services in ähnlicher Weise auch umsetzbar. Schritt Nummer 1 ist das Anlegen eines Google Benutzerinnen-Kontos. Das brauchen allerdings nur Lehrer und Lehrerinnen. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen müssen, um das, was wir hier heute ganz kurz besprechen, mitzumachen, kein eigenes Google-Konto besitzen. Dazu gibt es Funktionen, wie man die Bearbeitung an einem Dokument auch für Nutzerinnen und Nutzer freischalten kann, die nicht eingeloggt sind. Also zur Nutzung von Google, zum Konzipieren von Szenarien, da brauchen Sie ein Konto, aber Ihre Schüler und Schülerinnen brauchen kein Konto. Bitte einfach Konto erstellen, Passwort nur zu Namen frei wählen. Sie müssen hier auch keine eigene E-Mail-Adresse angeben. Somit sollte hier auch bei Ihren persönlichen Daten kein Problem passieren. Google Drive bietet Werkzeuge für unterschiedliche Dokumentenformate. Wir beginnen mit dem Textdokument. Gemeinsam schreiben, die gemeinsame Textverarbeitung. Man sieht zunächst einmal, sieht dieser Google Drive Editor aus, wie ein herkömmliches Textverarbeitungsprogramm, viel komfortabler als die Bearbeitungsansicht des Wikis von vorher. Aber auch hier finden wir rechts oben zwei Buttons, die uns schon erinnern an das Wiki, nämlich die Kommentarfunktion, entspricht dem Diskutieren im Wiki, dem Diskutieren über das Dokument, und die Freigabefunktion, das entspricht also dem Bearbeitungsmodus. Ich kann mein Dokument an andere Bearbeitern, Bearbeiterinnen freigeben. Man sieht hier, dass zunächst einmal ein von mir angelegtes Dokument nur für mich privat geschaltet ist und ich kann das jetzt für andere Personen freigeben. Einerseits kann ich, wie hier unten gezeigt ist, bei Personen einladen, Namen, E-Mail-Adressen von ganz bestimmten Personen eingeben, die das Dokument bearbeiten können sollen. Das ist nur zu empfehlen für kleine Arbeitsgruppen, die einander persönlich kennen und die auch über Google-Benutzerinnen-Konten verfügen. Für die Schule ist zu empfehlen, den grundlegenden Status des Dokuments zu ändern, also von privat auf, naja, halböffentlich. Wie man hier sieht, darf momentan mit diesen Einstellungen jeder oder jede, der über den Link verfügt, unten sieht man es, das Dokument bearbeiten. Das wäre die ideale Einstellung. Jeder, der über den Link verfügt, der wird nicht öffentlich in Google in der Suche mit einbezogen. Das findet auch niemand über die Google-Suche. Nur die Benutzerinnen, die per E-Mail oder über die Lernplattform etwa den Link zum Dokument erhalten, die dürfen das Dokument öffnen und es auch in dem Fall bearbeiten. Mit Google Drive, dem Textverarbeitungsprogramm, kann man wunderbar gemeinsam Texte verfassen oder verfassen lassen. Ein Beispiel. Als Kate und William einst geheiratet haben, habe ich in der Schule ein Schreibprojekt durchgeführt, in dem ich die Schüler und Schülerinnen in Vierergruppen eingeteilt habe und dieses Textdokument vorbereitet habe. Ich habe also vier Kategorien eines Zeitungsartikels vorgegeben, vier Unterüberschriften, denn ich wollte, dass sie zu viert einen Artikel schreiben, der sich beschäftigt mit der Hochzeit von Kate und William. Sie sollten die Basics erläutern, das heißt die grundlegenden Zahlen, Daten, Fakten, etwas zur Vorgeschichte von Kate, das Thema Mode bearbeiten, das bei der Hochzeit eine große Rolle gespielt hat, und hineinverpacken, was Menschen auf der Straße über die Hochzeit denken. Grundlage war eine Internetrecherche und dann das Verfassen dieser vier Artikelteile zu einem gemeinsamen Artikel. Die große Herausforderung hier war, dass vier unterschiedliche Personen mit vier unterschiedlichen Zugängen und Schreibstilen am Schluss einen Text entwickeln sollten, der so klingt und der sich so liest, wie von einer Person beschrieben. Also die Vierergruppen erhielten die Aufgabe der Texterstellungsphase, sich jeweils eine Unterüberschrift auszusuchen und zu dieser dann ihren Artikelteil zu schreiben. Man sieht hier die ersten Schritte, die ersten Schüler, Schülerinnen schreiben hier hinein und das Lustige ist, dass hier alle ins gleiche Dokument hineinarbeiten, das heißt, wenn jemand hier in der Zeile 10, 11, 12 schreibt, kann es sein, dass jemand, der weiter vorne schreibt, Zeilen hinzufügt und dann das andere hinunterrutscht. Man sieht, man spürt förmlich, wie sich rundherum hier alles tut, wie sich rundherum hier der Text entwickelt. Das ist auch sehr lustig, einmal zu mitbeobachten. Also die Schülerinnen schreiben hier an ihren Teilen und ich konnte mich dann mit der Kommentarfunktion diskutierend einschalten. Also ich konnte einerseits grundlegende Dinge kommentieren, die jetzt den Text angehen, die das Thema angehen. Ich konnte grundlegend ein paar Sachen erklären, aber auch dann konkrete Textstellen markieren, wie ich das auch in Word kenne, mit der Maus markieren, einen Kommentar hinzufügen und hier zu ganz bestimmten Textstellen meine Verbesserungsvorschläge angeben. So wie hier etwa eine Wiederholung, die dann ausgebessert werden sollte. Ja, und dann kam es zur Überarbeitungsphase und in dieser spielten diese Vierergruppen wieder eine Rolle, denn die Aufgabe war ja, einen gemeinsamen Text herzustellen, von diesen vier einzelnen Paragraphen zu einem gemeinsamen Artikel zu kommen. Und hier hatten diese vier Mitglieder der Gruppe klar definierte Rollen. Es ging in der Überarbeitungsphase darum, den gesamten Text anzusehen, also nicht nur den eigenen Absatz, aber mit einer klaren Aufgabe. Eine Person war für den Inhalt verantwortlich, das heißt, dass der ganze Artikel inhaltlich stringent ist und inhaltlich keine Lücken aufweist. Eine andere Person achtete im ganzen Text auf die grammatischen Strukturen, auf Fehler, aber auch auf das Vorkommen von außergewöhnlichen schönen Strukturen. Die dritte Person das gleiche mit der Rechtschreibung und die vierte Person, die schaut den Textzusammenhang sich an. Und diese vier Kategorien entsprechen nicht von ungefähr den Kategorien, die auch bei der Beurteilung der schriftlichen Matura herangezogen werden und die Qualität eines Textes zu beurteilen. Das Ergebnis kann dann in vielen Formaten heruntergeladen werden, etwa um es dann weiter zu bearbeiten, offline, mit Word oder einem anderen Textverwaltungsprogramm oder ob es dann als PDF-Dokument ausgedruckt oder irgendwo auf der Lernplattform archiviert werden sollte. Wichtig ist hier die Prozesssteuerung, das heißt das Einteilen der Gruppen und das genaue Formulieren des Arbeitsauftrags, damit die Rollen und die Aufgaben auch klar sind. Als nächstes sehen wir uns das Präsentationswerkzeug an, gemeinsam präsentieren. Wir sehen, das Google Drive Präsentationswerkzeug sieht aus, wie wir es gewohnt sind vom Computer. Es sieht aus wie ein ganz normales Präsentationstool mit den spezifischen Besonderheiten der Kommentarfunktion und des Freigebens zur Bearbeitung durch andere Personen. Wie könnte jetzt so ein Nutzungsszenario aussehen, das kollaborativ eine Gruppe von Menschen an einer gemeinsamen Präsentation arbeiten lässt? Nun, hier ist mein Beispiel aus der Uni. Ich habe eine Lehrveranstaltung Englisch-Fachdidaktik verknüpft mit E-Learning und ein Arbeitsauftrag ist, dass die Studierenden sich hier ihre persönlichen Lernumgebungen abbilden sollen. Persönliche Lernumgebung ist ein Fachbegriff aus dem E-Learning, der die Sammlung an Internetressourcen, aber auch Offline-Ressourcen, Bücher, Magazine, aber auch Programme, sei es jetzt installierte Programme oder aus dem Internet genutzte Cloud-Dienste. Also alle diese Dinge umfasst, die ich für meine persönliche Lernumgebung zusammengestellt habe. Die ist individuell unterschiedlich von Nutzerin zu Nutzer, denn jeder hat jetzt seine ganz eigenen Vorlieben, Materialien und Programme, die er oder sie benutzt. Der Unterschied hier ist der zur Lernplattform. Die Lernplattform ist ja für alle Nutzerinnen die gleiche. Die Lernumgebung, die unterscheidet sich von Nutzer zu Nutzer höchst individuell. Kleiner Exkurs zu Ende. Und hier in dieser Aufgabe sollen die Studierenden jetzt Folie für Folie, also jeder eine eigene Folie sich da nehmen und auf der Folie die persönliche Lernumgebung darstellen. Welche Ressourcen und Werkzeuge nützen die Personen in ihrem täglichen Lern- und Arbeitsprozess? Google Drive eignet sich hier sehr wunderbar, da ich an diesem Präsentationstool sehr leicht Text und Grafiken verknüpfen kann. Man sieht also hier, ich kann hier mit Sprechblasen arbeiten, mit Pfeilen, ich kann Logos importieren und ich kann sehr schön meine Ideen visuell darstellen. Das ist viel einfacher als mit anderen Dingen. Und der zweite Vorteil ist, dass ich dann im Seminarraum, in der Präsenzphase, die auf die Online-Phase folgt, jetzt die Studierenden bitten kann, dass sie kurz zu ihren Folien etwas erzählen, diese kurz präsentieren. Und dann müssen wir uns nur Folie für Folie durch die gemeinsame Präsentation klicken und es entfällt zwischen den Vortragenden das lästige Wechseln von USB-Stick, Öffnen und Schließen von Präsentationen. Ja, für die Schule eignet sich hier das Tool wunderbar, um in ähnlicher Art und Weise eine gemeinsame Präsentation zu Unterrichtsthemen zu erstellen. Geschichtliche, physikalische, mathematische Themen sollen von Schüler und Schülerinnen auf selbsterklärenden Folien abgebildet werden, die dann als Wiederholung als PowerPoint-Karaoke in der Klasse durchgemacht werden. PowerPoint-Karaoke heißt, ich muss zu einer Folie sprechen, die ich nicht selbst gestaltet habe. Aber durch mein Hintergrundwissen des Unterrichtsthemas, ich habe ja mitgelernt, sollte es allen Schüler und Schülerinnen möglich sein, dass sie auch Folien von anderen Kollegen und Kolleginnen kommentieren. Dann kann man hier gemeinsame Dinge machen zu Klassenunternehmungen, zu Schulveranstaltungen. Aber hier wieder bitte aufpassen, keine personenbezogenen Daten veröffentlichen. Auch gerade bei Fotos aufpassen, dass hier keine Fotos in Umlauf gelangen, die nicht von den Eltern freigegeben worden sind. Da gibt es ja oft das Unterschreiben von Einverständniserklärungen der Eltern. Nun noch gemeinsam kalkulieren mit dem Kalkulations- oder Tabellenkalkulationsprogramm. Das ist bei Google Drive wunderbar verbunden mit dem Formular, mit dem sich ganz tolle Umfragen erstellen und auswerten lassen. Dazu gleich in Kürze mehr. Zunächst einmal wieder unsere klassische Ansicht des Tabellenkalkulationsprogramms. Das kennen wir vom Computer. Das ist hier auch wunderbar umgesetzt in der Online-Version. Kleiner Hinweis hier, wozu kann man das nützen, außer dass man hier Berechnungen durchführt, mit Formeln arbeitet. Das geht hier auch alles wunderbar. Ich könnte es nützen, um hier zum Beispiel Gruppenarbeiten zusammenzutragen, Rechercheaufgaben. Hier haben drei Gruppen die Aufgabe, dass sie sich im Internet die schnellsten Tiere aussuchen und die entsprechenden Kilometerangaben und auch die Quellen in die Tabelle eintragen. Die Tabelle deswegen, da ich hier durch Funktionen wie die bedingte Formatierung, die ich auch von unseren Desktop-Programmen kenne, die Zellen der Tabelle so automatisch formatieren kann, wie es den Werten entspricht, die dort eingetragen sind. In dem Fall kann ich auch die bedingte Formatierung automatisiert bestimmte Zellen, rot oder grün, aufleuchten lassen, die ganz besonders hohe Geschwindigkeiten der Tiere aufweisen. Also ich lege hier fest, dass zwischen bestimmten Zahlenwerten bestimmte Farben hier die Zelle annehmen soll und dann sieht man hier automatisch, wenn die Zahl eingetragen wird, so ist auch die Zelle entsprechend eingefärbt. Ich kann sofort Extremwerte erkennen. Dann hier habe ich rechts oben noch die Möglichkeit, das Ganze auch darzustellen durch Graphen, durch Diagramme. Also ich kann hier Daten der Tabelle auch visualisieren und kann entsprechend, wie wir es auch kennen, Balkendiagramme, Tortendiagramme einfügen und hier auch die Recherchergebnisse, die zahlenbasierten Ergebnisse, entsprechend durch Diagramme darstellen. Sehr toll ist aber hier das bereits erwähnte Umfragetool, der Editor für Formulare. Ich kann hier sehr einfach eine recht große Anzahl von Fragetypen umsetzen, von Freiantwortfragen über Multiple-Choice-Fragen oder Likert-Skalen, das heißt Zustimmen einer bestimmten Aussage nach bestimmten Abstufungen, kann ich hier erstellen, etwa hier ein Beispiel der Lieblingsmusik. Und das Tolle ist, wenn das Ganze dann ausgefüllt wird, erhalte ich automatisch eine Zusammenfassung, in der die Fragetypen schon automatisch für mich entsprechend ausgewertet sind. Also alles, was mit Zahlen zu tun hat, kann ich mit Diagrammen darstellen und alles, was mit Freiantwort zu tun hat, die werden dann hier abgedruckt. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, die Ergebnisse der Umfrage als Tabelle exportieren und kann die dann etwa mit einem Programm wie Excel oder sogar SPSS weiterbearbeiten und statistischen Auswertungen unterziehen. Ja, meine Ideen wären, dass man hier einerseits, wie schon dargestellt, zentral Recherchergebnisse sammelt, Daten mit Diagrammen darstellt, Umfragen durchführt und auswertet, aber auch mit speziellen Zusatzfunktionen, die man hier aktivieren kann, Lernspiele erstellen kann, wie etwa Kreuzfahrt, Rätsel, Suchgitter und so weiter. Alles möglich unter dem Schirm des Tabellenkalkulationsprogramms in Google Drive. Zusammenfassend lassen sich folgende Vorteile, Nachteile, Gefahren und Tipps zur Nutzung von Google Drive im Unterrichtsalltag geben. Vorteile wie bei jedem Cloud-Dienst sind auch hier, alle neuesten Versionen der gemeinsam erstellten Dokumente am zentralen Ort zu finden. Man spart sich das Hin- und Herschicken von E-Mails mit unterschiedlichen Versionen des Dokuments. Ich kann von jedem Browser aus hier mitmachen. Ich brauche keine Zusatzsoftware, denn die Editoren werden gleich mitgeschickt, direkt in den Internetbrowser hinein. Ich kann live zusammenarbeiten. Das sieht auch ganz witzig aus manchmal, wie schon vorher beim Textdokument erwähnt. Wenn dann rundherum der Text bearbeitet, wird es sich laufend verändert. Ich kann kommentieren, diskutieren über den Schreibprozess und ich kann durch intelligente Gadgets so manche Zusatzfunktionen erreichen, die ich am Computer, am normalen Desktop-Programm vielleicht nicht hätte. Nachteile, Gefahren, Benutzerkonten, Datenschutz. Man gibt die Daten aus der Hand letztlich. Man weiß nicht letztlich, was damit passiert, wo diese landen. Daher die Empfehlung, gerade mit personenbezogenen Daten sehr, sehr vorsichtig umzugehen. Datensicherung wäre ein Thema. Das heißt, was passiert, wenn die Daten plötzlich nicht mehr zugänglich sind? Wenn der Server, der Firma Google, meine Daten verschluckt hat? Also bitte auch sensible Unterrichtsvorbereitungen, Sachen, wo sehr viel Arbeit dahinter steckt, immer auch herunterspeichern, niemals nur in der Cloud belassen. Und man braucht einen Internetzugang. Und es ist auch eine Frage der Infrastruktur so mancher Schule oder so mancher Bildungseinrichtung. Tipps? Am Anfang niederschwellig arbeiten, also mit öffentlichen, halböffentlichen Dokumenten arbeiten, keine Benutzerkonten verlangen. Die Gruppenbildung gut überlegen. Also Technologie ist hier ein Hilfsmittel, aber sehr oft liegt der Teufel im Detail der sozialen Struktur, der sozialen, ja auch letztendlich Bildung der Schüler und Schülerinnen, wie sehr sie dann hier sich auch an Vereinbarungen halten. Das ist auch gemeint mit menschlichen Faktoren überlegen. Also was kann alles schiefgehen, das nichts mit Technik zu tun hat, aber auch welche Schwierigkeiten der Technik könnten auftreten. und wie ist mein Plan B hier. Viel Vergnügen und viele spannende kollaborative Szenarien mit Google Drive.